Guten Tag zusammen, mein Name ist Margarete Stokowski und glauben Sie mir, ich bin noch viel überraschter als Sie, dass ich hier unter lauter Weltliteratur im Playmobil-Format vorkomme, aber wenn Twilight dabei ist, ist ein Gegengewicht vielleicht ganz gut. Ich darf Ihnen heute mein Buch Untenrum frei aus dem Jahr 2016 vorstellen, was gar nicht so einfach ist, es gibt Geschichten aus meinem Leben, aber auch viel Theorie, deswegen betrachten Sie das mal als Einblick, es ist keine vollständige Inhaltsangabe, okay? Sind LehrerInnen anwesend? Nur für euch eine Definition. Feminismus heißt für mich, dass alle Menschen unabhängig von Geschlecht, Sexualität und Körper die gleichen Rechte und Freiheiten haben und dieses Projekt kann nie isoliert sein, sondern hängt zum Beispiel immer mit dem Kampf gegen Rassismus und Klassenunterdrückung zusammen. Los geht's mal mit meiner Geburt. Rappé, es ist ein Mädchen! Achtung, Gender-Alarm! Kann ich bitte mal Simone de Beauvoir haben? Hallo! Also, die sagt ja, man wird nicht als Frau geboren. Nein! Es heißt eben nicht, man wird dazu gemacht, sondern im Original, on le deviant. Man wird es. Das bedeutet, wichtig, Frauen sind eben nicht nur Opfer von Unterdrückung, sondern sie lassen es auch geschehen. Und das ist keine Schuldzuweisung, liebe Gender-Genossinnen, sondern eine Botschaft. Wir, Feministinnen, kämpfen gegen Unterdrückung und Passivität. Stimmt's? Voila! Und apropos Frankreich, meine Mutter verpasst mir dann so einen Topfschnitt. Mensch, das sieht doch noch besser aus als bei Mireille Mathieu. Ich will aber eine Disney-Prinzessin sein! Warum will ich das? Weil ich ein kluges Kind bin, das sehr schnell gecheckt hat, dass Mädchenspielen der heiße Scheiß ist. Mit Mädchenspielzeug, mit Schminke. Mutti lobt es, wenn ich häuslich bin. Du bist so häuslich, bis irgendwann klar ist, ich will schön sein und mich um andere kümmern. Das ist die Botschaft für Mädchen. Und was ich als Mädchen alles lerne. Frauen sind Objekte, Jungs meinen es nicht so, wenn sie einen an den Haaren ziehen und Sextalk ist nur Spaß. Meistens bin ich ja echt nett, aber manchmal bin ich auch ziemlich wütend. Wieso hat mein Bruder ein eigenes Zimmer und mein Vater auch und ich und meine Sis müssen uns eins teilen und Mutti hat auch kein eigenes Zimmer? Wut ist ein wichtiges Gefühl, weil sie etwas bewegen kann. Ich wünsche mir, dass Mädchen lernen, wütend zu bleiben und, ich weiß, das klingt strange, gleichzeitig gelassen. Irgendwann gibt es ein neues Spiel in der Klasse, nämlich sich verlieben. Das bedeutet erstmal nur in der Ecke rumstehen, tuscheln und ab und zu quieken. Boah, der ist so süß! Aber hier ist das alles irgendwie noch ein Spiel. Nur jetzt gibt es eine krasse Veränderung. Mit zwölf bin ich plötzlich kein Kind mehr. Boah, mein Körper produziert plötzlich überall Haare. Weg damit! Eigentlich komisch. Sobald man weiblich wird, sollen die Zeichen davon vertuscht werden. Und das Schönsein hört jetzt echt auf, ein Spiel zu sein. Es macht richtig Arbeit. Okay, ich muss mich schminken, aber auf keinen Fall zu viel, sonst bin ich eine Schlampe. Generell gilt, attraktiv ja, aber um Gottes Willen nicht leicht zu haben. Und wo wir gerade bei Sex sind, woher weiß ich eigentlich, wie man masturbiert? Mit, immerhin sind wir immer der erste und meistens auch der häufigste Sexualpartner, den wir so haben. Also wir alle, deswegen ist das ja ein wichtiges Thema. Teenie-Zeitschriften, wie die Bravo damals, scheiden als Quelle aus. Die transportieren damals und heute in der Regel leider ein Bild von heterosexueller, männlicher Sexualität. Und wo wir gerade bei bekloppten Printmedien sind. Dankeschön, das war's auch schon. Ja, bitteschön. Das Spannende ist, Studien haben nachgewiesen, dass das gar nicht stimmt. Sex lenkt eher ab. Und wieso soll ein weiblicher Körper eigentlich automatisch für Sex stehen? In Wahrheit hat geschlechterdiskriminierende Werbung nur den Zweck, Dominanzfantasien weiterzutreiben. Es ist ja kein Geheimnis. Frauen werden viel stärker über ihren Körper wahrgenommen. Bei einem Politiker fragt man, was hat er gesagt? Bei einer Politikerin, was hatte sie an? Dankeschön. Ja, gerne. Diese Reduktion auf Körper und Aussehen findet umso stärker statt, je mehr Freiheit Frauen haben. Das ist Repression mit anderen Mitteln. Ach, Jugendliche wissen so wenig. Ich könnte mal dieses wunderschöne Zitat von Mascha Kalecko haben, aber gerne. Wenn Mädchen diesen Wendepunkt erreichen, sind ihre Augen große Fragezeichen. Ihr Mund ein schweigender Gedankenstrich. Dankeschön, sehr gerne. Also, wer beantwortet die Fragen dieser Fragezeichen? Bravo nicht, Aufklärungsunterricht in der Schule nicht und Sexratgeber wie die perfekte Liebhaberin, das ist so von um die Jahrtausendwende, transportieren ein Frauenbild aus der Hölle. Denn da geht es im Grunde ausschließlich darum, sich auf die Bedürfnisse des Mannes zu konzentrieren. Ach so, es ist okay, wenn ich nicht komme und mal die Zähne zusammenbeißen muss. Mensch, das ist ja interessant. Hallo? Dasselbe gilt für den größten Teil der Frauenzeitschriften auch heute noch. Denn immer gelten Frauenkörper da als defizitär. Nimm ab, werde sexy. Die Frau ist halt für andere da. Ja, aber wer ist denn für mich da? Bleiben wir mal beim defizitären Frauenkörper. Könnte es sein, dass Mädchen in der Pubertät sich unter anderem deshalb gegenseitig zur Anorexie challengen, weil Frauenkörper ständig verbessert werden müssen? Wenn ich heute jung wäre, dann wäre ich auch in so eine Social-Media-Falle getappt. Hilfe, ich habe überhaupt keine Thigh-Gap. Runtergehungert habe ich mich sowieso, aber falsche Influencerinnen und mediale Challenges machen alles nur noch extrem viel schlimmer. Und apropos schlimm. In der Oberstufe bin ich in der Schach-AG mit älteren Jungs und dem coolen Betreuer Rüdiger. Hallo? Boah, der ist so cool. Äh, soll ich dich nach Hause fahren? Ja, super gerne. Und gehen wir noch spazieren? Spazieren? Und bevor sie Nein sagen kann, stehen sie mit dem Auto auf dem Waldparkplatz und er vergewaltigt sie. Sie sagt kein Wort, dann bringt er sie nach Hause und auch später kann sie jahrelang nicht darüber sprechen. Ein Mädchen, eine junge Frau, intelligent, wach, ein erwachsener Mann, aufmerksam, nett und bang, vergewaltigt er sie. Ich verstehe es nicht. Aber es passiert ständig. Sie fragt sich, habe ich was falsch gemacht? Hätte ich nicht in das Auto einsteigen sollen? Ist das überhaupt eine Vergewaltigung? Sie zeichnet. Schließlich fängt sie an, sich zu ritzen an den Armen. Richtig heftig, weil sie dann irgendwie mächtig ist und es angenehm ist, so absurd das klingt. Und sie zerstört damit das Wertvollste, was sie in den Augen der Welt hat, ihre weibliche Schönheit. Und jetzt mal kurz was ganz anderes. Neun Fakten, die jedes Mädchen kennen sollte. Erstens, wie die Klitoris funktioniert. Zweitens, es gibt eine weibliche Ejakulation. Drittens, Penetration bringt die meisten Frauen nicht zum Orgasmus. Viertens, die Pille hat heftige Nebenwirkungen. Fünftens, nicht alle Menschen sind Frau oder Mann. Sechstens, Sex ist das biologische Geschlecht, Gender das soziale und die sind nicht unbedingt gleich. Siebtens, wer queer ist, also nicht hetero, ist nicht verrückt oder krank. Achtens, Transgender heißt Sex und Gender stimmen nicht überein, bei Cisgender Menschen schon. Neuntens, ab wann etwas sexualisierte Gewalt und nicht einfach nur Sex ist. All diese Sachen muss man wissen, um untenrum frei zu sein. Und wenn LehrerInnen darüber nicht im Unterricht sprechen können, dann können das ja SexualpädagogInnen übernehmen. Dazu sind sie schließlich da. Ja, übrigens, ich war ja als Jugendliche eher gläubig, aber aus dem Firmenunterricht nehme ich erstmal nur mit, dass zumindest in der katholischen Kirche Frauen Menschen zweiter Klasse sind. Aber was soll's, es gab ja 68 und die sexuelle Revolution. Ach, Moment. Genau genommen gibt es da eine sexuelle Befreiung für Männer, während sich an den Unterdrückungsmechanismen gegenüber Frauen nicht viel geändert hat. Naja, ich fange dann an zu studieren. Vielen Dank. Ja, gerne. Und das ist wirklich eine Befreiung, nämlich, juhu, ein Zimmer für mich allein. Huch, da guckt ja Virginia Woolf um die Ecke. Ich hab's immer gesagt, ein Zimmer für sich allein und Geld, das braucht Frau. Viel Spaß mit deinem Zimmer. Dankeschön. Und endlich gibt's positive sexuelle Erlebnisse, sowohl mit Männern als auch mit Frauen. Aber abends auf dem Heimweg werde ich fast von einem wildfremden Typen vergewaltigt. Und als ich ihn anzeige, krieg ich wenig später zu hören, in Berlin leben noch dreieinhalb Millionen anderer Leute. Ja, super. Und einen Monat später wird die Anzeige eingestellt. Biografisch sind wir jetzt beim Erwachsenen-Ich, aber trotzdem hab ich noch viele Fragen. Warum denkt dieser Typ, ein BWLer, ich hätte dich vom Markt nehmen sollen, also eine exklusive Beziehung mit mir haben, weil er das so will? Ich hab einmal mit dir geschlafen, du Arsch. So what? Noch eine Frage. Wieso ist jede Art von Gender-Bashing in seriösen Medien okay? Wieso soll Homosexualität nicht natürlich sein? Gibt's ja auch bei über 100 Tierarten. Wieso sollen Wörter wie BürgerInnen nicht schön sein? Bist du plötzlich im Walter von der Vogelweide-Fanclub? Oder warum ist sprachliche Schönheit plötzlich dein Lebensinhalt? Im letzten Kapitel geht's drum, wie viel Feminismus verloren geht, wenn's ans Kinderkriegen geht, was echt schade ist. Aber das lassen wir. Stattdessen will ich noch ein paar Ansagen machen. Klar, wir alle haben schwache Momente, aber generell will ich als Feministin mich nicht verarschen lassen. Und dazu gehört Ablenkung, Beschimpfung, Märchenverbreitung, genauso wie Vorurteile und Klischees. Darauf gibt es von mir eine poetische Antwort und die heißt Fuck you. Ich lasse es nicht gut sein, wenn es nicht gut ist. Und das heißt nicht, dass ich mit dem Panzer durch den Wald fahre, sondern mit der Kettensäge. Ich hab extra einen Motorsägenführerschein gemacht. Ich schau mir jeden Baum gut an, bevor ich ihn fälle. Denn Zerstörung ist kein Wert für mich, sondern Anstand, Höflichkeit, Respekt, Genauigkeit und Güte. Klingt das nicht wahnsinnig konservativ? Letzter Punkt. Feminismus wendet sich selbstverständlich auch an Männer und nicht, weil wir ihnen was wegnehmen, sondern damit sich die männlichen Möglichkeitsräume auch erweitern, genauso wie die der Frau das in den letzten 50 Jahren getan haben. Ganz kurz, es geht nicht nur darum, dass Mädchen Mathe geil finden, sondern auch, dass Jungs gern einen Tütü anziehen und Ballett machen dürfen. Das ist voll okay. Was wir brauchen ist Vielfalt. Das kann man gar nicht oft genug sagen. So, jetzt habe ich lange genug an der Oberfläche meines Buches gekratzt. Wie gesagt, es ist nur ein ganz kleiner Eindruck. Wenn ihr mögt, dann lest es. Und wenn ihr total doof fandet, was ihr in diesem Video gehört habt, dann ist das auch okay. Aber bevor ihr jetzt in der Kommentarspalte Hassorgien feiert, lest es lieber, bevor ihr noch mir was vorwirft, was in Wahrheit der Sommer beim Zusammenfassen verbockt hat. Klar, macht's gut. Und das, liebe Gemeinde, war Untenrum frei von Margarete Stukowski. Vielen Dank.